An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil, André Kostelany. Das ist auch ein Lieblingsbösenzitat. Von Jack Bogle, wenn du einen guten Plan hast, such nicht nach dem Perfekten, bleib bei dem Guten. Was würden Sie machen, wenn Sie in Nordkorea geboren wären ohne Börse? Oh Gott, ich müsste wahrscheinlich sehr hart darum kämpfen, dass ich mein täglich Brot hätte und dass ich trotz allem irgendwie eine Form von Freiheit hätte.